Timon Wellenreuther ist ein deutscher Fußballtorwart. Er steht beim FC Schalke 04 unter Vertrag und spielt auf Leihbasis bei RCD Mallorca. Karriere Wellenreuther begann mit dem Fußballspielen im Jahr 2002 in der Jugend des Bolagia SC. 2005 wechselte er zum SVK Bayern Time. Über die SPVGG Dorlach Aue und den FC Astoria Waldorf wechselte er 2010 in die U17 des Karlsruher SC. Nach 22 Einsätzen mit 1 und 20 Gegentoren in der B-Junioren-Bundesliga Süd-Südwest rückte er 2012 zu U19 auf, für die er in der Saison 2012 Dreizehntel der A-Junioren-Bundesliga Südwest zu 16 Einsätzen mit 1 und 30 Gegentoren kam. Zur Saison 2013 Vierzehntel wechselte er in die U19 des FC Schalke 04. Dort absolvierte er elf Spiele. Für die folgende Spielzeit unterschrieb er einen Profivertrag und wurde in die U23 die zweite Mannschaft des Vereins befördert, die in der Regionalliga West aktiv ist. Außerdem gehörte er als dritter Torhüter zum erweiterten Kader der Bundesliga-Mannschaft von Schalke 04. Wellenreuther gab sein Profidebüt am 3. Februar 2015 beim 1 zu 1 im Spiel gegen den FC Bayern München. Als er zur Halbzeit für den verletzten Fabian Giefer eingewechselt wurde. Am 18. Februar 2015 stand er im Achtelfinale der Champions League gegen Real Madrid im Tor und löste damit Bernd Leno als bisher jüngsten, eingesetzten deutschen Torwart in der Champions League ab. Am 25. Juni 2015 wurde Wellenreuther für ein Jahr an RCD Mallorca ausgeliehen. Im März 2015 wurde Wellenreuther von Trainer Frank Wormuth erstmals für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert. Am 21. April 2015 debütierte er bei der 1 zu 2 Niederlage im Testländerspiel gegen die Auswahl Italiens in Fros in One. Sonstiges Wellenreuther ist der Sohn des CDU-Politikers und Präsidenten des Karlsruher SC Ngo Wellenreuther.